Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der UFO TV News. Heute mit folgenden Themen. Brisante Details in neuen Interviews. Puzzleteile 4. Lloyd Austin und Vivek Ramaswamy. Neue Aussagen über das Phänomen von hochrangigen Politikern. Soul Foundation. Die zweite Konferenz. Erste Informationen und brisante Informationen. Drohnen, EU-Eingabe, geleakte UFO-Fotos, Gruber vs. Havas. Was sonst noch so alles geschah? Mit einem gewissen Kopfschütteln beobachte ich weiterhin Kommentare von Leuten, die sich darüber beklagen, dass angeblich nichts passiert und man nichts Neues erfährt. Wie schon in der letzten Folge gesagt, das kann man nur sagen, wenn man nicht aufpasst oder eine sehr eigenartige Definition von dem Wort nichts hat. Denn allein aus den Entwicklungen der letzten Woche könnte ich locker drei bis vier Folgen UFO-TV News basteln. Der Disclosure-Herbst schreitet rasant voran. Damit genug der Einführung. Legen wir los. Das Hearing vor dem Repräsentantenhaus mit Lou Elizondo, Tim Gallaudet und Co. habe ich ja bereits in der letzten Folge recht ausführlich behandelt. Und warum es bedeutend, ja, um nicht zu sagen, sogar sensationell war. Für uns, die Informierten, war vielleicht nicht sehr viel Neues dabei, wobei durchaus auch das eine oder andere, aber für das breite Publikum, die Presse und auch Politiker sah die Sache ganz anders aus. Denn wenn hochrangige Militärs im Live-TV die Frage, ob es abgestürzte UFOs im Besitz der USA gibt und daran geforscht wird, mit einem eindeutigen, lauten Ja beantworten, unter Eid vor dem Parlament, dann bedeutet das schon etwas. Um nur ein Beispiel daraus zu nennen. Eine sehr gute, rückblickende Einschätzung gab übrigens dazu auch die Vorsitzende Nancy Mays selbst in einem langen Interview in der Sendung Reality Check of NewsNation. Link dazu in der Beschreibung. Ohne hier auf alle Details einzugehen, betonte sie darin energisch die Wichtigkeit des Hearings, die Wichtigkeit der gemachten Aussagen und was es nun als nächstes alles zu tun gibt. Prädikat sehenswert. Zwei gut geschriebene Zusammenfassungen im Mainstream möchte ich auch noch erwähnen. Der eine erschien auf dem schweizerischen Nachrichtenportal Watson und der andere, nun das ist eine spezielle Geschichte. Wenn man nämlich nach den Begriffen UAP-Hearing und BBC sucht im Internet, wird man im Gegensatz zu früher aktuell tatsächlich fündig. Es gibt einen ausführlichen Artikel darüber. Und zwar ziemlich objektiv und gut geschrieben. Allerdings in sehr einfacher Sprache. Das liegt daran, dass der Artikel nicht auf einem normalen Nachrichtenportal der BBC erschienen ist, sondern auf einer ihrer zahlreichen Spezialseiten. In diesem Fall CBBC. C-BBC. Das erste C steht dabei für Children. Ja, richtig. Es ist die Kinderseite der BBC. Warum ausgerechnet hier ein Artikel über etwas so Kompliziertes und Trockenes, wie eine Anhörung vor dem amerikanischen Parlament genau geschildert wird, bleibt ein Mysterium. Aber dieser Artikel existiert nun. Auf einer Website der BBC. Ein weiterer, wenn auch etwas eigenartiger Schritt, in die breitere Öffentlichkeit. Ich gebe offen zu, als ich die knappe halbe Stunde der Anhörung vor dem Senat mit dem neuen Arrow-Chef live verfolgt habe, war ich eher enttäuscht. Bei der Anhörung vor dem Repräsentantenhaus blieb mir teilweise der Atem weg, weil mir einfach klar war, dass das, was da gesagt wird, nun zum ersten Mal Millionen Ohren erreicht, die noch nie von so etwas gehört haben. Die Senatsanhörung mit dem neuen Direktor von Arrow, John Koslowski, verlief dagegen eher zäh. Bürokratisch, uninspiriert und auf den ersten Blick eher abwertend. Daher auch meine Enttäuschung. Und auch die von vielen anderen informierten Zusehern. Aber, aber wenn man im Detail hinsieht, schaut die Sache doch etwas anders aus. Hier dazu die wichtigsten Punkte. Erstens. Der neue Direktor wirkte offen, ehrlich, vielleicht etwas nervös, aber durchaus authentisch. Ganz im Gegensatz zu der arroganten Art seines Vorgängers, Dr. John Kirkpatrick, dem legendären und wunderbaren Dr. Kirkpatrick. Auf der positiven Seite kann man außerdem verbuchen, da es Koslowski bekannt gab, dass es mittlerweile 1600 militärisch gemeldete Fälle gibt, von denen ein großer Teil über 700 noch nicht aufgeklärt wurden. Zweitens. Das negativste an der halben Stunde war dabei vor allem der übliche Stehsatz, dass Arrow keine nachhaltigen Beweise für die Existenz von außerirdischem Blablabla-Eschowissen. Auch die Präsentation von mehreren Videos, die von Koslowski in kurzen Worten debunkt wurden, fällt auf die negative Seite. Eines davon war das Go-Fast-Video, von dem Koslowski erklärte, es sei gar nicht so schnell gewesen, aufgrund von Parallaxe. Wie andere später anmerkten, unter anderem Ryan Graves, der damals für diese Flieger zuständig war, die das Video gemacht haben, ist das allerdings ein vollkommen unwichtiges Detail. Erstens haben diese Piloten ja selbst gar nicht gesagt, dass das Objekt besonders schnell sei. Die Bezeichnung Go-Fast wurde dem Video erst nachträglich im Pentagon verliehen. Wenn überhaupt. Dann haben sie sich damit also selbst debunkt. Und außerdem war es nur ein Objekt von vielen, die damals dort vor und nach der Aufnahme gesehen wurden, wie er allgemein bekannt ist. Das ebenfalls bekannte Puerto Rico-Video mit dem Objekt, das offenbar mit voller Geschwindigkeit im Meer ein- und wieder auftaucht, wurde jetzt damit erklärt, dass das Objekt für eine Weile genau die gleiche Wärmeausstrahlung gehabt hätte, wie das Meer dahinter und daher aus der optischen Erfassung verschwunden wäre. Nun gut, mag sein. Allerdings erklärt das den Rest des Videos nur mangelhaft. Und als drittes wurde ein Video als geklärt präsentiert, das zuvor noch niemand je gesehen hatte, nämlich ein Objekt über dem italienischen Vulkan Ätna. Das Problem an dieser Präsentation war dabei nicht, dass diese Videos erklärt wurden. Wir als Community sollten das eigentlich begrüßen, denn wenn man Dinge ad acta legen kann, kann man sich umso mehr um die Dinge kümmern, die nicht geklärt sind. Das Problem war vielmehr, dass man keine Videos zu Gesicht bekam, die noch nicht geklärt sind. Dafür hat sich Koslowski mehr oder weniger sogar entschuldigt. Das nehme ich ihm sogar ab, dass er das ehrlich gemeint hat. Es führt nämlich gleich zum nächsten Punkt. Drittens. Koslowski wies mehrmals darauf hin, dass er Dinge nicht zeigen kann, weil sie noch immer strengen Geheimhaltungsstufen unterliegen. Er betonte aber mehrfach, dass er danach strebt, diese Geheimhaltungsstufen aufheben zu lassen und in Zukunft mit der Öffentlichkeit auch Filmaufnahmen von ungeklärten Phänomenen zu teilen. Er wies dabei allerdings auch darauf hin, dass Arrow nicht die Kompetenz hätte, dieses Material freizugeben. Das könnten nur die jeweiligen Militärs und Geheimdienste, welche die Filme aufgenommen hätten. Ich persönlich glaube ihm, dieses Bestreben hier mehr zu veröffentlichen. Wir werden sehen. Viertens. Interessant auch die Ankündigung, dass Arrow in Zukunft auch zivile Meldungen entgegennehmen wird. Und zwar vermutlich über die Website von Arrow, also A-A-R-O.M-I-L. Wie das genau ablaufen wird, wird man sehen. Gleichzeitig warb Kozlowski auch um Vertrauen potenzieller Whistleblower und meinte, er hätte da schon die ersten Schritte unternommen, um Leute, die sich zuvor schlecht behandelt gefühlt hatten, noch einmal hereinzuholen und diesmal ernst zu nehmen. Dazu noch mehr im dritten Beitrag dieser UFO-TV-Folge. Ob man ihm das glauben soll, oder ob Arrow nach wie vor so etwas wie eine Honigfalle ist, um Whistleblower auszuforschen und zum Schweigen zu bringen, wird sich wohl noch zeigen. Fünftens. Gegen Schluss präsentierte Kozlowski zwei noch nicht aufgeklärte Fälle. Und die waren nicht nur neu und sogar der Community unbekannt, sondern durchaus auch sensationell. In dem einen Fall ging es um einen orangen Orb, im anderen um einen metallischen Zylinder. Mehr dazu jetzt an dieser Stelle nicht. Man kann sich den Bericht aber gerne selbst anhören. Link zum Hearing in der Beschreibung. Diese Schilderung und das Eingeständnis, dafür keine Erklärung zu haben, waren durchaus aufsehenerregend und wurden auch von der Presse bemerkt und berichtet. Ein weiterer Pluspunkt also für das Hearing. Sechstens. Ganz besonders faszinierend waren die allerletzten Worte der Anhörung. Wenn man nicht genau aufpasste, gingen die allerdings unter. Weil die Vorsitzende Gillibrand gleich darauf Dankeschön sagte, mit dem Hammer auf den Tisch schlug und das Meeting beendete. Die letzte Frage an Koslowski war nämlich, ob die Politik noch etwas tun könne, um bei der Arbeit von Arrow behilflich zu sein. Koslowski antwortete darauf, Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass Sie sich weiterhin für uns einsetzen, insbesondere gegenüber Zeugen und Sie ermutigen, sich zu melden und uns Bericht zu erstatten, damit wir die potenziellen, historischen oder laufenden Legacy-Programme gründlicher untersuchen können. Ich wiederhole, damit wir die potenziellen, historischen oder laufenden Legacy-Programme gründlicher untersuchen können. Ja, das hat er gesagt. Vermutlich einer der wichtigsten Sätze des Hearings überhaupt. Übrigens war Koslowski auch bei einem Pressemeeting zur Veröffentlichung des letzten Arrow-Berichts recht auskunftsfreudig. Auch dort betonte er, dass es Dinge gibt, die sich er und seine Mitarbeiter nicht erklären können. Davon gibt es jetzt einen kompletten Tonmitschnitt des gesamten Pressegesprächs. Es findet sich ebenfalls auf NewsNation gleich im Anschluss an das Interview mit Nancy Mays. Ein kleines PS noch. Wieso Koslowski so nervös gewirkt hat, könnte auch daran liegen, dass schräg hinter ihm eine ganz bestimmte Person ein wachsames Auge auf ihn hielt. Nämlich Susan Goff. Die Pressesprecherin des Pentagons zu allen UFO-Fragen, die im Hearing in der Woche davor mehrfach angegriffen wurde, ohne sie allerdings namentlich zu nennen. Sie ist nämlich Spezialistin für strategische Propaganda und hat darüber und über Methoden des Informationskriegs sogar eine wissenschaftliche Abhandlung geschrieben. Sie ist auch diejenige, die Dr. Kirkpatrick, den wunderbaren Dr. Kirkpatrick, bei seinen Auftritten auf Schritt und Tritt begleitet hat. Diese mögliche Oberaufsicht über Koslowski blieb auch dem Internet nicht verborgen und darum möchte ich an dieser Stelle mit einem schönen Meme enden. Das Hearing war also besser als sein Ruf. Und wichtig ist natürlich auch, dass in der Öffentlichkeit, die sich gar nicht näher mit den Inhalten beschäftigte, der Eindruck hängen geblieben ist, dass innerhalb von einer Woche beide Kammern des US-Parlaments jeweils ein UFO-Hearing abgehalten haben. Das sorgt für Aufmerksamkeit. Und zumindest für die Frage in der Öffentlichkeit, was da denn nun wirklich dran ist an dieser UFO-Sache. In der letzten Zeit gibt es so viele Interviews und Auftritte bedeutender Persönlichkeiten an verschiedenen Stellen, dass man kaum nachkommt. Und sie sind für jeden jederzeit online abrufbar. Auch das ist ein Teil der fortschreitenden Enthüllung und des Fortschritts. Eine völlig andere Situation als etwa noch vor 10 Jahren. Hier möchte ich heute nun ein paar dieser Videos herausgreifen, die auch besonders spannende Aussagen enthielten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also, George Knapp gab letzte Woche ein langes Interview auf That UFO Podcast. Unter anderem über seine Netflix-Doku, wie es zu ihr kam und was sie dabei sonst noch alles erforscht und gedreht haben, dass es nicht in den Endschnitt geschafft hat. Alleine das wäre spannend, aber er machte auch viele faszinierende Aussagen über den aktuellen Stand der Dinge. So verriet er in dem Gespräch, dass er nicht nur weiß, wer der Whistleblower hinter Immaculate Constellation ist, sondern dass er auch persönlich mit der Person gesprochen hat. Er erwähnte auch, dass der Bericht darüber nicht von Michael Schellenberger an den Kongress übergeben wurde, sondern von Jeremy Corbell, der ja auch die einführende Titelseite verfasst hatte, die erst danach veröffentlicht wurde. Er erzählte sogar, dass Schellenberger selbst das Dokument von Corbell erhalten hätte. Ob das bedeutet, dass der Whistleblower von Knapp und Corbell an Schellenberger weitergeleitet wurde, ging jetzt nicht klar aus den Worten hervor. Aber es wäre möglich. Und es wäre nicht das erste Mal. Denn die beiden haben ja unter anderem auch David Fravor und David Grush vor ihren jeweiligen Outings gecoacht. Knapp verriet weiter, dass für die Anhörung vor dem Repräsentantenhaus ursprünglich auch First-Hand-Zeugen vorgesehen waren. Der Ausschuss war allerdings nicht in der Lage, ihnen die Art des Schutzes zu gewähren, die sie gebraucht hätten, um auch tatsächlich aufzutreten. Er meinte aber, er sei optimistisch, dass das früher oder später noch passieren könnte. Und er meinte auch, wenn sich der Autor des Immaculate Constellation Dokuments outen würde, würde das sehr wohl einen großen Unterschied machen. Aber da war noch viel mehr. So erzählte er unter anderem von hunderten Seiten von Forschungsergebnissen von Aussepp, die er zwar kennt, die er aber noch nie jemand in der Öffentlichkeit gesehen hat. In diesem Zusammenhang erwähnte Knapp auch, dass es ein drittes Aufdeckungsbuch von ihm mit Lekerski und Kelleher geben würde. Diese Bücher, weil sie sehr technisch und teilweise mühsam zu lesen sind, sind bis heute noch immer unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit geblieben. Sie gehören aber zu den wichtigsten und authentischsten Dokumenten und Berichten, die wir jemals über die UFO-Forschung des Pentagons erhalten haben. Ich empfehle jedenfalls allen, sich Knapps Interview anzuhören. Link natürlich in der Beschreibung. Ebenfalls spannend war der Auftritt von Leslie Keen und Tim Gallaudet vor dem 1904 gegründeten Explorer Club in New York. Dieser exklusive Club widmet sich seit über 100 Jahren dem Pionieren der Forschung, insbesondere wenn sie auf hohe Berge steigen, in die tiefsten Stellen der Tiefsee hinuntertauchen oder den Mond betreten. Viele dieser Forscher und Abenteurer waren und sind auch Mitglieder dieses Clubs. Sich dort mit UFOs zu beschäftigen, ist aber neu. Und auch hier gilt, dass sich das Thema einfach rasant verbreitet, auch an Stellen, an denen es noch vor wenigen Jahren niemals aufgetaucht wäre. Gallaudet, selbst Mitglied des Clubs, erzählte einige seiner Geschichten und dazu noch eine neue Sichtung, die ihm ein glaubwürdiger Marineangehöriger mitgeteilt hatte. Das eigentliche Spannende war aber, dass er berichtete, dass nach seinem ersten Besuch bei Arrow, das er ja auch vor dem Kongress als Debakel geschildert hatte, dass er dem Büro nun eine zweite Chance geben würde. Ein Termin mit dem neuen Leiter, Koslowski, sei bereits vereinbart. Außerdem erzählte er verblüffenderweise, dass niemand anderer als Jay Stratton, der spätere Chef der UAP Taskforce, dafür verantwortlich gewesen sei, dass das E-Mail über den Vorfall an der Ostküste von seinem E-Mail-Account und den E-Mails aller seiner Kollegen gelöscht worden wäre. Das lässt viele Fragen offen. In welcher Position war Stratton Anfang der Zehnerjahre, um so etwas überhaupt anordnen zu können? Nun, hoffentlich erfahren wir das irgendwann einmal. Vielleicht in dem neuen Buch, in dem geplanten von Jay Stratton. Auch Leslie Keen plauderte ein wenig aus der Schule, vielleicht sogar ein bisschen mehr, als sie eigentlich sagen hätte dürfen. So erzählte die Aufdeckungsjournalistin, dass auch sie den Whistleblower hinter Immaculate Constellation kennengelernt und mit ihm gesprochen hätte. Wobei sie ihn definitiv als männlich identifizierte. An einer anderen Stelle verriet sie ein bisschen mehr über die Begegnung, die der Ex-CIA-Agent und Mitarbeiter von To The Stars Jim Semivan selbst mit UFOs und nichtmenschlichen Wesen gehabt hatte, nur um sich dabei gleich selbst wieder zu bremsen. Mein Fazit Was alle diese Puzzleteile bei verschiedensten Gelegenheiten so bedeutend macht, ist das Bild, das sich daraus langsam formt. Viele der prominenten UFO-Persönlichkeiten, sowohl Journalisten als auch Whistleblower, wissen ganz offensichtlich noch viel, viel mehr. Aus verschiedenen Gründen, etwa der nationalen Sicherheit oder der Verschwiegenheitspflicht gegenüber ihren Informanten, verraten sie uns aber eben noch nicht alles. Und das halte ich auch für völlig legitim. Natürlich kann dadurch bei uns als Zuseher Frustration entstehen, aber in Wirklichkeit geht es um Menschenleben. Um Menschenleben und nicht um die Befriedigung unseres Nervenkitzels, während wir gemütlich und sicher popcornknabbernd YouTube-Videos schauen. Da geht es um finanzielle Existenzen und eventuell auch sogar um Leben und Tod. Wir sollten dankbar sein, dass wir inzwischen so viel erfahren, wie wir erfahren. Das meinte sinngemäß auch der Capitol-Reporter Matt Laszlo verkurzen. Er ging mit Ufo-Twitter schwer ins Gericht und meinte, dass zum Beispiel Kirsten Chilibrant all das getan hätte, was man von ihr erwartet hätte. Sie und andere Politiker anzugreifen, weil nicht noch mehr passiert, hätte aber eher einen gegenteiligen Effekt. Auch andere prominente Persönlichkeiten betonen immer wieder, dass hinter den geschlossenen Türen des amerikanischen Parlaments viele Leute sehr intensiv an der Aufklärung arbeiten, nur eben in ihrem Tempo und mit ihren Möglichkeiten. Noch einmal, dabei geht es nicht nur um nationale Sicherheit, sondern auch um persönliche Sicherheit und potenziell kriminelle Aktivitäten und um rechtliche Dinge. Geduld haben ist eine schwierige Sache, insbesondere in Zeiten der Instant-Befriedigung auf Knopfdruck. Aber die Enthüllung von Geheimnissen, die möglicherweise seit 70, 80 oder 90 Jahren vor der Weltöffentlichkeit verborgen werden, ist nun mal eine langsame Sache. Das kann nicht von heute auf morgen passieren. Aber für mich besteht kein Zweifel, dass das gerade passiert. Noch zwei letzte Puzzleteile. Prominente Aussagen von hochrangigen Politikern und Militärs über die Realität des Phänomens gibt es mittlerweile massenhaft. Dieser Kanal berichtet immer wieder darüber. In der letzten Woche kamen nun zwei Stimmen dazu. Die eine stammt vom noch Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Lloyd Austin, der sich zuvor noch nie zu dem Thema geäußert hatte. Auf eine eher schüchterne Frage einer Journalistin, ob es denn okay wäre, ihn nach dem letzten UFO-Hearing zu fragen, antwortete er voller Ernst und ohne das Thema auch nur ansatzweise zu ironisieren. Wörtlich sagte Austin Ehrlich gesagt habe ich persönlich keine UAP-Vorfälle erlebt, die ich als Bedrohung für die Sicherheit einstufen würde. Es gibt aber Dinge, die passierten, die passiert sind und wahrscheinlich auch weiterhin passieren werden, die schwer zu erklären sind. Wenn wir also auf solche Dinge stoßen, werden wir sie untersuchen. Denn ob es nun wirklich unerklärliche Phänomene sind oder einfach etwas, das erklärbar ist, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Wir haben unsere Anstrengungen koordiniert, um sicherzustellen, dass wir diese Vorfälle methodisch identifizieren und bewerten können. Auch diese Aufsage hat durchaus Aufsehen erregt. Soweit die Worte eines Mitglieds der derzeitigen Regierung. Aber auch ein Mitglied der zukünftigen Regierung, Vivek Ramaswamy, äußerte sich zum Thema UFO. Eigentlich hat er das bereits immer wieder getan. Und in diesem Zusammenhang tauchte letzte Woche ein Video einer öffentlichen Veranstaltung auf, die schon vor zehn Monaten stattfand. Darin betonte Ramaswamy, dass er für die Offenlegung aller Dinge sei. Also eben auch in Sachen UFOs. Link zu seinen Aussagen und zu denen von Lloyd Austin in der Beschreibung. Außerdem sagte Ramaswamy bei dieser Gelegenheit Folgendes Ich habe tatsächlich selbst mit David Grush gesprochen. Er hat mich tatsächlich angerufen. Wir haben uns unterhalten. Nicht der einzige interessante Kontakt zwischen Auskennern und hochrangigen Politikern, der in den letzten Tagen enthüllt würde. Mehr dazu im nächsten Beitrag. Am vergangenen Wochenende fand die zweite Konferenz der Soul Foundation in Kalifornien statt. Diesmal nicht an der Stanford Universität, sondern in einem Konferenzzentrum. Vor allem deswegen, weil das Publikum diesmal mindestens doppelt so groß war. Viele wichtige und bekannte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik hielten Vorträge, die wir hoffentlich bald auch selbst sehen können. Sobald das passiert, mache ich garantiert eine genaue Analyse aller Vorträge. Vorerst gibt es nur die eine oder andere erste Reaktion, einige Fotos und einige Zitate. Aber viele davon haben es durchaus in sich. Man kann sich das unter anderem in einer Erstreaktion von Robert Fleischer auf seinem Kanal anschauen. Besonders ergiebig scheint der Vortrag des Physikers Eric Davis gewesen zu sein, dem ehemaligen Ausset-Mitarbeiter und Verfasser des berühmten Wilson-Davis-Memos. Dessen Echtheit er übrigens, wenn auch nicht direkt, doch erneut und ohne jeden Zweifel indirekt bei der Konferenz bestätigte. Indem er nämlich erwähnte, dass er mit einem Zwei-Sterne-Admiral in Kontakt gewesen sei, der sich auf die Suche nach den Legacy-Programmen gemacht hätte und danach ernsthaft bedroht worden sei. Nun... Er bestätigte auch etwas anderes, das in der Community in der letzten Zeit öfter diskutiert wurde, nämlich die Existenz von sogenannten PEADS, Presidential Emergency Action Documents, also präsidiale Notfallmaßnahmen Dokumente. Diese PEADS erlauben Präsidenten, am Kongress vorbei, Dinge zu beschließen und vor ihm geheim zu halten. Angeblich operieren die Legacy-Programme bis heute unter so einem PEAD, das noch von Präsident Eisenhower aus den 50er-Jahren stammen soll. In diesem Zusammenhang erwähnte Davis auch spezielle private Verträge, insbesondere mit Lockheed, sogenannte Quellenverträge, die an sie vergeben wurden, um die Geheimhaltung zu wahren und Ausschreibungen zu vermeiden. Ob das alles tatsächlich legal ist, bleibt natürlich die Frage. Vor allem, wenn diese Präsidentenorder bereits über 50 Jahre alt ist. Auch Karl Nell machte wieder eine Präsentation, in der er erneut, diesmal noch ausführlicher, einen Weg zur langsamen Öffentlichmachung des Phänomens präsentierte. Dazu gibt es bereits Fotos vieler seiner Folien. Über all diese Dinge werde ich näher berichten, sobald die Videos der Konferenz verfügbar sind. Außerdem wurde im Lauf der Konferenz der James Fox Film The Program gezeigt und begeistert aufgenommen. Für diesen gibt es übrigens endlich einen Erscheinungstermin. Der Film geht am 16. Dezember auf Apple TV und vermutlich auch auf weiteren Streaming Plattformen online. Ebenfalls bekannt wurde, dass niemand geringerer als Jay Stratton selbst, Donald Trump über das Phänomen geprieft hätte. Vermutlich während dessen letzter Amtszeit. Was Stratton dabei gesagt hat und wie die Reaktion des Präsidenten war, wurde vorerst allerdings nicht bekannt. Apropos Jay Stratton, er und das gesamte Team der UAP Taskforce erhielten vor kurzem eine interne Auszeichnung des Pentagon und zwar von Avril Haynes, der aktuellen Direktorin der Nationalen Sicherheitsdienste, also die Oberchefin aller Geheimdienste. Etwas, das auch Admiral Gallaudet bei seiner Rede vor dem Explorers Club erwähnte. Jedenfalls wurde der Taskforce die National Intelligence Meritorious Unit Citation verliehen. Diese Auszeichnung für verdienstvolle Einheiten der Nationalen Geheimdienste würdigt die kollektive Leistung einer Einheit, die zu erheblichem Nutzen für die Geheimdienst Gemeinschaft geführt hätte. Welcher Art dieser Nutzen war, wissen wir nicht, können wir vielleicht aber ahnen, da die UAPTF schließlich die Enthüllungsanstrengungen hinter den verschlossenen Türen erst so richtig in Gang gesetzt hat. Rundum alles erstaunliche Neuigkeiten. Und sie weisen auf etwas hin, von dem ich schon öfter gesprochen habe. Im Pentagon und hinter den Kulissen weiß man offenbar längst über alles Bescheid. Also vielleicht nicht, woher unsere Besucher stammen und was sie hier wollen, aber definitiv, dass sie da sind. Auch die öffentlichen Äußerungen dazu nehmen massiv zu. Mal sehen, wann der Damm tatsächlich bricht und sich Präsidenten und andere Regierungschefs in der ganzen Welt dazu äußern. Und auch wann die Mainstream-Presse den Kopf endgültig aus dem Sand zieht. Und das war bei weitem noch nicht alles, das in der letzten Woche passiert ist. Es gibt sogar ein paar Themen, die noch im Gange sind, weshalb ich sie jetzt nur kurz erwähnen möchte. Ich werde die jeweiligen Entwicklungen verfolgen und dann gegebenenfalls näher darüber berichten. Eine der Meldungen, die Schlagzeilen gemacht hat, ist, dass weitere amerikanische Militärbasen von Drohnenwellen überflogen wurden. Diesmal nicht in den USA, sondern in Großbritannien. Angeblich waren drei Basen der Luftwaffe davon betroffen. Einen ausführlichen Artikel darüber gibt es unter anderem in der Liberation Times. Und es gibt auch ein Video von seltsamen hellen Flugobjekten, die jemand privat außerhalb einer der Basen gefilmt hat. Abgeschossen oder sonst irgendwie abgewehrt wurde auch diesmal keine einzige der sogenannten Drohnen. Mal sehen, ob wir da noch mehr erfahren werden. Interessant ist auch die Nachricht, dass 15 europäische UFO-Organisationen, geleitet von der UAP Coalition Netherlands, ein Dokument mit Forderungen an das Europäische Parlament veröffentlicht und eingebracht haben. Die Meldung ist noch sehr neu und ich bin selbst noch nicht dazu gekommen, mir das Dokument näher anzusehen. Wer inzwischen schon neugierig ist, einen Bericht darüber von Sentinel News und den Link zum Dokument, beides gebe ich natürlich in die Beschreibung. Erst gestern wurde bekannt, dass der Betreiber des UFO-YouTube-Kanals Strange Mysteries ein angeblich geleaktes Dokument eines angeblichen Whistleblowers erhalten hat, das mehrere Infrarot-Aufnahmen mehrerer unbekannter Flugobjekte zeigt, die aus einem Geheimprogramm des Pentagon stammen sollen, vermutlich Immaculate Constellation. Alle wesentlichen Informationen auf den Bildern wurden dabei gelöscht und auch der Begleitbrief verrät nicht viel. Ich gebe einen Link zu dem Video in die Beschreibung, wo der Kanalbetreiber den Brief vorliest und die Bilder kurz kommentiert. Es handelt sich dabei um bekannte und nicht bekannte Formen unbekannter an normaler Phänomene, die allerdings alsamt mehr Fragen aufwerfen als sie beantworten. Kann natürlich alles Fake sein, aber vielleicht auch legitim und vielleicht kommt da noch mehr. Ich bleibe dran. Zuletzt. Am Wochenende fand die von mir bereits angekündigte Diskussion mit dem österreichischen Physiker Werner Gruber statt. Er nimmt in Österreich ein wenig die Position von Harald Lesch in Deutschland ein, wird also gern zu allen möglichen astronomischen und physikalischen Phänomenen befragt, auch immer wieder zum Thema UFO. Das Gespräch verlief amikal und amüsant, aber man könnte auch sagen, wir haben freundlich aneinander vorbeigeredet. Jedenfalls betonte Werner Gruber immer wieder, dass er UFOs gegenüber durchaus aufgeschlossen sei. Ich habe es mitgefilmt mit etwas bedenklicher Tonqualität, aber wer es sich ansehen möchte, Link in der Beschreibung. So, das wäre es für diesmal. Aufgrund der Länge und der kompakten Information dieser Folge möchte ich heute auf längere Werbetexte verzichten. Ich möchte euch nur bitten, diesen Kanal zu abonnieren, das Video zu liken zu kommentieren und zu verbreiten. Ganz zum Schluss nur noch ein sachdienlicher Hinweis für alle, wie gerne mein UFO-Buch bestellen würden, also das UFO-Handbuch. Die Lieferung von Belegexemplaren an mich ist bisher gescheitert, unter fast schon mysteriösen Umständen. Das erste Paket wurde auf dem Lieferweg beschädigt und ging zurück, ohne mich je zu erreichen. Das zweite Paket ist sogar auf dem Postweg verschollen und aktuell kann ich keine Autorenexemplare nachbestellen. Lässt die Website nicht zu. Eine Verschwörung? Aliens? Man in Black? Wer weiß? Das Bestellen von Einzelexemplaren direkt sollte allerdings nach wie vor funktionieren. Ich würde nur jedem raten, der das Buch noch vor Weihnachten haben will oder es verschenken möchte, es eher rasch zu bestellen. Wer weiß, welche Probleme in der Weihnachtszeit dann noch auftauchen. Bestelllink in der Beschreibung. Insbesondere gilt das für Leute, die zu meinem Vortrag am 14. Dezember in Frankfurt kommen wollen. Wer sich das Buch dort von mir signieren lassen möchte, sollte sich sicherheitshalber selbst eins mitbringen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich bis dahin eigene Exemplare haben werde. Und selbst dann werde ich sie natürlich nicht in großer Stückzahl mit auf die Reise nehmen. Gut, das mal an wirklich umfangreichen Informationen. Also wer mit der Entwicklung trotzdem immer noch nicht zufrieden ist, dem kann ich auch nicht helfen. Ich selbst als Berichterstatter zu diesen Dingen bin jedenfalls völlig überwältigt von der Menge und von der Geschwindigkeit der Ereignisse. Noch mehr dann das nächste Mal oder gegebenenfalls als Breaking News. In diesem Sinne immer schön nach oben schauen und bis bald. Bis bald.